Russland kann seine Partner in jeder Hinsicht unterstützen. Trotz Russlands wirtschaftlichen Schwierigkeiten ist die Basis unserer Situation so, dass wir in der Lage sind, das zu tun. Mehr noch, wir unterstützen bereits mehrere Staaten. Im Bezug auf Griechenland haben wir besondere Beziehungen mit einer geistigen Verwandtschaft und religiösen und historischen Verflechtungen. Trotzdem ist Griechenland ein Staat der EU und in den Schranken dieser Verpflichtung führt er sehr komplexe Verhandlungen mit seinen Partnern im Vereinigten Europa. Herr Tsipras hat uns nicht nach Hilfe gefragt. Das ist bei den zu hohen Zahlen ganz natürlich. Wir wissen, was auf dem Tisch liegt und grundlegende Entscheidungen sind zu fällen. Das ist nicht einmal eine Frage des Geldes. Es ist eine Frage der Prinzipien der wirtschaftlichen Entwicklung und der Prinzipien, diese Probleme in absehbarer Zeit mit den Partnern zu lösen. Wir haben bereits gesagt, ich habe es öffentlich gesagt, dass man die Griechen natürlich für alles die Schuld geben kann. Aber wenn sie Regeln verletzt haben, wo war die Europäische Kommission? Warum hat diese nicht die Aktivitäten früherer griechischer Regierungen korrigiert? Warum garantierte sie für Darlehen und Zinsen? Warum erlaubte sie die Beibehaltung der Besteuerungspraxis in wichtigen Bereichen der Wirtschaft? Warum gab es für die Inseln solche Subventionen? Und so weiter und so fort. Wo war sie damals? So gibt es einiges zu diskutieren und die griechische Regierung hat einige Argumente vorzubringen. Weiterhin, wenn eine starke Währung in einer ganzen Reihe von Ländern mit unterschiedlich entwickelten Wirtschaften verwendet wird, so kann der Staat seine Finanzen und seine wirtschaftliche Situation nicht über Währungsmechanismen regeln. Griechenland kann den Euro nicht abwerten. Das ist unmöglich. Es hat dieses Werkzeug nicht und kann auch nicht mehr Touristen malen. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Wirtschaftssektoren Griechenlands. Im Rahmen seiner Verpflichtungen innerhalb der Schengener Zone. Es muss seine landwirtschaftliche Produktion beschränken, da es in den Brüsseler Quoten bleiben muss. Ebenso die Fischerei und viele andere Dinge. In anderen Worten sind das Beschränkungen, aber es hat auch Vorteile, Mitglied der EU zu sein, was Kredite und Zinsen angeht. Das ist die souveräne Wahl der griechischen Regierung und des griechischen Volkes. Sie betrifft uns nicht direkt. Aber natürlich betrifft es ganz Europa und Russland indirekt, auch wenn wir keine EU-Mitglied sind, weil wir umfangreiche Beziehungen und wirtschaftliche Verflechtungen mit Europa haben, weil Europa unser Handels- und Wirtschaftspartner Nummer eins ist. So beobachten wir die Situation natürlich sehr genau und mit etwas Angst und hoffen, dass für die Krise in naher Zukunft eine Lösung gefunden wird.